hey freunde willkommen zum heutigen test heute im test ist die knistern blumen vom meisterwerk von gescha sozusagen oder rupro ich glaube das ist alles eins wenn ich könnte mich aber bericht in den kommentaren wir haben hier auf jeden fall eine 11 schuss batterie mit 265 gramm neil laut entrichtig oder und richtig ja so ein schönes denglisch ja was gibt es die batterie zu sagen es ist eine sehr schöne sozusagen kreppin batterie mit solchen schönen knister lanzen sage ich jetzt mal wir werden sie sowieso gleich draußen sehen preislich haben wir bezahlt 9,99 euro gekauft wurde sie bei röder feuerwerk wer bei röder mal reinschauen will unten in der infobox ist natürlich der link und nicht lang schnacken gehen wir gleich mal raus kaliber 30 millimeter ja ja Outro